Der Mond, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde, und das möchte ich euch und Ihnen in aller Offenheit sagen, ist aufgegangen. Und niemand von euch und Ihnen, meine Damen und Herren, liebe Freunde, wird uns daran hindern, euch mit aller Entschlossenheit einzuladen. Wirkt mit auf unsere nächsten CD, Volllied Made in Germany, bei unserem liebsten Abendlied. Für die zweite, vierte und sechste Strophe von Der Mond ist aufgegangen. Suchen wir Sprecher, die den Text lesen. Alle, die Lust haben, bitten wir, als Sprechprobe die zweite Strophe aufzunehmen und uns über die üblichen Kanäle zukommen zu lassen. Einsendeschluss ist der 10. Mai. Unter allen Einsendungen wählen wir drei Sprechende aus, die an unserer CD-Produktion mitwirken. Wir freuen uns auf eure Beiträge. Und unser kranker Nachbar auch. Dann können wir gut drauf spielen. Vielen Dank.